Natürlich gibt es hier keine... Granatenwerfer. Oh, wichtig! Zwei Leute im Main-Building. Ja, das waren eigentlich zwei, aber anscheinend ist er nicht gestoppt. Ja, das waren zwei Teams. Oh, gleich die Satchel auf den Nachbarn, oder? Ah, ich hätt's nicht sagen dürfen, ich hätt's nicht sagen dürfen, dass... Ah, okay, du lässt schon weiter. Spezialisten-Bonus? Ne, ne, ähm... Ne Satchel. Der ist nicht rausgesprungen. Ja, das war der Spannende. Das sind Deutsche hier übrigens. Der Feind nähert sich! Alter, aber... One... ...HP... Der ist der Treppe jetzt runter. Yes, der Treppe jetzt runter. Ähm... Wait. ich hab hier die deutschen ein bisschen ich hab eine plattenbox die lege ich hier shop ich glaube überall bei mir vor allem im haus bei mir liegen waffen scheiße er hatte mit irgendjemandem geredet mir wurde aber nichts angezeigt ich hab ihn gelasert braucht man keine sniper mehr man braucht man muss einfach eine sekunde mit der neuen waffe drauf halten da oben einer was machen wir jetzt auf scheiße und wo auf nordwesten ich hoffe der madwest ich hab dich ja ich brauche panzerplatten beide bei euch auf dem turm drauf auf dem turm ok ja genau so du bist zurück ich bin bei dir so ein Lobby gefressen was wird gemeldet hä aktivität man ja hier man konnte da eigentlich immer durchschießen durch dieses gitter ich bin in der der feind nähert sich feind markiert bin getroffen ja wir besachen alles gut Sorry. Hast du? Ja, ich hab ihn. Hast du vielleicht noch eine Platte? Ich hab gar keine mehr. Schau mal, hier lagen noch welche. Ah ja, nice, danke. Ich hab einen Kill sogar bekommen. Ich hab auch einen Kill bekommen. Aber ich glaub, da sind noch welche drauf, oder? Ja, zwei. Wollen wir mit dem Heli? Ja, kann was versuchen. Fliegst du dann? Ja, oh Gott. Ich hab ja das LMG, also. Ja, versuch's, aber ich... Ich kann's uns auch... Oh Gott, ich muss runter. Ich muss runter. Ich hatte den einen gecrackt. Oh Gott. Man kann durch das Gitter auch schießen, wenn man unten, äh, steht. Verbündeten ohne in der Luft. Warte, hast du drüber zu fahren? Ich kann's kaufen, dann. Einer hat down. Zwei sind bei, äh, Dingens. Spike, Brün. Drücke vor. Das Gas breitet sich aus. Sicherheits- Okay, einer on Pop. Schussverkauf aktiv. Preise der Vorratsstationen wurden angepasst. Einer klettert grad hoch. So frech. Werfe Betäubungsgranate. Wer wird mit der Luft. Einer down. Wer wird gestartet. Oh Gott. Ah, er hat die LKFR. Ha, ich konnte mir noch selbst... Ne, ich konnte mich nicht selbst kaufen. Ah, alter. Kannst du vielleicht nochmal Platten kaufen? Ich hab wieder keinen. Ja, ich hab ungefähr viele. Ja, kauf einfach zwei mal. Danke. Also eine liegt hier noch. Hier ist Panzer rum. Ja, ich habe acht. Alles gut. Granate ist raus. Verlierst deinen Boden. Sieben Teams leben noch. Oh, Kiss. Der Fein nähert sich. Auf die Tür. Ja, ja, ich kümmere mich. Ah, die sind ganz oben. Ja. Ich kann nicht durch das Gitter schießen. Er ist hier getroffen. Er ist hier getroffen. Einer hier, on me. Brauch Hilfe. Ja, bei mir ist auch noch einer. Glaube ich. Hatte ich... Ah, shit. Bei. Oh, man. Hier komme ich nochmal wieder. Nein, da gibt es auch. Scheiße, ich hatte einen gedownt. Ja. Oh nein, das Quad ist glaube ich dort ausgestiegen. Bei unserem Loadout. Okay. Überlebt noch kurz bitte. Links. Ja. Warte. Links. Und in dem Ding ist auch jemand dran. Hier links ist er in dem Ding drin. Da war auch jemand. Ah, kade. Lass dich zusammen. Das ist einfach so. Hey, ich gehe nicht zum Loadout. Ich lande auf meiner Leite. Ach so. Das Gas nähert sich dir. Junge. Alle in die Sicherheitszone. Dein Team ist tot. Jetzt liegt es an dir. Nur noch zehn übrig. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeldziel auszuschalten. Das ist so unlucky. Oh Gott, los. Cool, ich wäre so gerne wie du, 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 du. Nein, das ist ja alles an Deutsch. Er hat gesagt, ich wäre gerne so gut wie du, 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 du. Und hat er gesagt. Äh, fast. Geh aufs Sack. Geh aufs Sack von dem. Äh, von dem gleich. Oh, okay. Das Gas kommt. Oh mein Gott, passt sie. Ich bin wieder aufs Sack. In 10.000 Uhr. Ja, jetzt habe ich Only. Geh aufs Sack. Ja, ich bin gleich. Geh aufs Sack. Geh aufs Sack. Ich bekomme nichts. Ich bin weiter. Oh, das ist die beste Runde am heutigen Tag. Erstens gute Hotmikes, zweitens gute Kills und drittens war's den LMD. Bis zum nächsten Mal.